Bei uns wurde gemolken, ein Brand, im Engelkreis Hotel, im Engelblock, im dritten OG. Zuerst war nicht so klar, ob es verbrennt oder verbrennt ist, aber die Wohnung, die Wohnung selber hat gebrannt. Die Person war Gott sei Dank nicht zu Hause und den Brand haben wir jetzt unter Kontrolle und wir sind im Altraum der Wohnung, die Leute waren eigentlich relativ schnell aus dem Gebäude.